Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hierher von Marsch. Wir werden die Fahrzeuge aufrollen und wegrollen. Wir werden in die Garage fahren. Später will ich sie noch mal waschen, aber aktuell alles vorbereiten. Die Ernte geht ja an. Wir haben im Winter eben jetzt Zeit dazu und dann werden wir uns entsprechend geflogen. Jetzt fahren sie mal alle schön rein und gerne besuchen müssen. Dann können wir die Faktoren irgendwie noch mal nutzen wahrscheinlich. Ist egal, dass hier an der Messe Ferguson natürlich mehr Leistung zum Baden pressen. Auf Feld Nr. 12 wurde gemäht. Da habe ich zwei Folgen probiert, leider beide Mist gibt. Noch kurz anschauen. Bild nicht zu viel. Ja, zu schlecht kann man sagen. Von meinen Ansprüchen nicht genügt. Okay, dann bringt es das lieber nicht. Probieren wir jetzt neu, weil klappt das. Ich habe mir gelacht, wenn wir es mit so sehr leiten. Optimieren, optimieren. Schauen wir mal was erlassen ist. Aber dann gleichen sie Fehler ein. Beim Ausreißen des Systems sind wir uns vorsichtig. Der lässt sich nicht interessieren. Aus dem Ball pressen kann man den auch nehmen. Die Gastechnik ist ein anderes Schuppen. Super. Da muss man... Auf zum nächsten Tag. Da das ja die Vise Nr. 12 Kilometre ist. wenn es trocken wird weil wir hier mehr oder weniger Dürre haben, unser Regen ist nicht angesagt, die Ballen präsent noch hinfahren und dann entsprechend die Wartebedarf. Ich möchte die ganzen Sachen an Heuballen verstauen. Da ist eher so ein Traktor, dann kann der erst mal ganz geil werden. Die Dünnerstelle ist leer. Wir haben ja genug von der Zeug. Nur mal gucken, ob man den Mist von den Kühen noch wegkriegen kann. Fällt mir gerade so ein. Wir können aber nach sogar die Wege arbeiten. So, dann wollte ich den Traktor nehmen. Ballenpresse, nicht mal gleich. Und dann fahren wir Richtung. Und lassen Richtung Feld Nummer 12 fahren. Aber bevor wir uns unwussten auf der normalen Reifung. Gewicht. Aber ja, kann man ja nicht. Es liegt ja hier rum, oder? Das wäre ja ein Blödsinn, wenn man das hier stehen lassen würde. Nimm mal Lenkrad, oder? Das ist besser. Ich hoffe, ich bin nicht so leise jetzt. Hat ein bisschen zu sehr Gehalt. So. Ne? Einen Millionen habe ich auch schon. So. Alles drin, ne? Waschen kann man nicht. Na? So fett bist du doch gar nicht. Reparieren. Jups. Das ist ja schön, ne? Die Masse. Konfigurieren. Standardreicht. 82 PS. So. Das wär auch das, ne? So lassen wir zu Feld Nr. 12 fahren, fahren wir zur Straße, sind hier hochwertig noch keine Kurse eingefahren. Ich weiß nicht, was ich machen würde irgendwann mal. Feld 12. Oder nicht. Abfaller. Ich würde mal Reihen fahren, oder? Oder muss ich hier mal herstellen, oder? Und der Kurs geht ja nur hier rein zum Hof, ne? Da muss ich noch ein bisschen was ergänzen. So, der fährt da hin. Das passt. Der KW. Und den blauen Anhänger überhaupt. Ach, das ist bei der anderen Feld. Okay. Dann habe ich keine Verfügung. Okay, kein Problem. Hier mal gucken. Ich gucke in der Lage, ob wir da so haben, ne? Was haben wir hier für jetzt? 80.000. Der hat. Das ist neu. Immer das hier. Farbe, Felgenfarbe, blau, Hauptfarbe, ne ne, auch anderen, der gefällt mir, Gaufin, Dasein, ist aus nichts aufgetaut, ja, gleich mal gucken, LKW, da, da, Rote, den nehmen wir. Ach, hier ist so ne Kante, kann ich mal das Gebäude gesetzt und dann ist das ganze Gelände angeklicken worden also. So, der war ja schneller der Fahrer, ne, wo der kann aber warten, wo ich da er fressen kann, das dauert noch sicher ne Weile, wahrscheinlich erst morgen oder übermorgen, ne. Die anderen Wiesen haben noch ein bisschen wachsen. Guck mal, wie er sich hat, ne. Gut. Da haben wir noch nicht dem Kühe den Mist wegkriegen, ne. Lohnt sich wenigstens. So, wir müssen gleich gucken, dass wir die Kühe zum Füttern vorbereiten für morgen. Das heißt, wir schnappen uns in den Traktor und werden uns dann entsprechend schon mal das Fütter hinstellen, dass wir morgen früh gleich füttern können, ne. Mal gucken. Oh ja, ist gut. Hier waren sie fleißig. Machen wir den Deck auf. Starten, Manni. Scheiße. Läuft schon ein bisschen, aber gut. Ich schieße noch ein bisschen in der Nähe. Das Förderwand ist passend, du braun. So. Schön gatsch gatsch. Nebenbei können wir nicht Wasser geben. Wir brauchen noch früh nicht mehr. So. Erst gehen gleich die, unsere großen Kälber. Ah, ihr kennt's was. Ich dachte, wir sind Gold. Oh, oder? Das finden wir hier, glaube ich, nicht. So. Irgendwann hier gucken. Na, hier geht's noch. Und hier auch Jungtiere, die braunen, die machen nicht so viel Scheiß, ne. Die großen schon, so. Dann können wir gleich den Traktor schnappen. Und den roten Anhänger schon mal mit Wischfutter voll machen, oder Strom, ist egal. Dann nehmen wir einfach einen Traktor, der hier vorhanden ist. Den K2. Hinten. Aktivieren. Dann machen wir auch nicht. Wir sind eine andere Reifung hin. Wir sind weiter. Dann tanken wir nicht voll. Halb leer, ne. Dann muss man voll tanken. Dann muss man voll tanken. Hinten. Ich hoffe, die Aufnahme klappt auch. Ich hoffe, die Aufnahme klappt auch. Das kann ich unserns Aufnahmen machen. Oblich. Dann in den Boiler hingefahren. So. Dicken Reifen kann man nicht. Hinten. Das sieht besser aus, ne. Schon besser aus, ne. Können wir die Tiere schon mal. Also wir können die ja heute für ganz egal, ne. Fertig ist fertig, ja. Da ist aktuell kein Traktor. Da ist ja der Flug. Der Flug, der Flug, der Flug. Der Flug, der Flug. Der Traktor hat viele großen Sachen, ne. Der Flug. Der Flug kommt jetzt Richtung. Ja. Den Futter voll. Und. Der Flug kommt. Ich konnte ja nochmal schauen. Oh, was sehe ich hier? Der Flugbarer Markt ist ja nicht aktiviert. Ah. Guck, wir haben ihn zu kaufen. Vielleicht. Ah. Ich habe Milch gehabt. Milch. So. Ich habe viel. Ja. Sehr viel. Ich habe noch ein PGA fahren und dann ist Milch. So. 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 Jetzt wird man schwach, aber das geht. Ich verarschcos. Ein bisschen weniger fest, als die anderen... Und innen der Töckfäste aber ... Aber geht. Aber alles haut, ne. Hosna. So 하는 . Wir verpf dann Schotten. Ja. Gatschen hier dann noch ein bisschen. Oh. Was läuft auch. knew. Oh. Was erwartet hier ja. Dann können wir nachher sehen, dass wir zum morgen die Mehl verkaufen können. Normalerweise fütter ich immer früh, aber heute noch eine Ausnahme, weil dann denkt man, morgen geht die Ernte los. Weizen, große Feld. Ich werde den Verband machen, zwei Dresche. Mal schauen, wie ich ihn bekomme mit dem ganzen... Ich müsste ja auch nur anschließen. Ob ich noch keinen Plan wieder machen will. Das ist absolut planlos. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage noch schön Dank fürs Reinschauen. Dann seid noch Tschüss und Ciao, Ciao. Danke fürs Schleißig Abonnieren. Es gibt ja immer neue dabei. Und für das ein oder andere Kommentar. Einfach mal reinschreiben, was ihr für Radschläge habt. Auch mit Autodrive. Vielleicht kennt ihr euch damit aus. Ich bin der Akte Erinnerung des Radhauses. Dann seid noch Tschüss. Machen wir euch sofort auf. Bis denne. Tschüss.